So, und hallo, da sind wir wieder und wir reden jetzt nochmal über Potenzen. Diesmal vor allem über Potenzen mit negativen Hochzahlen. Wir haben ja schon gesprochen über ganz normale Potenzen mit positiven Hochzahlen. Ich hoffe, das passt soweit auch. Ich mache aber trotzdem nochmal eine kurze Wiederholung. Also zum Beispiel 2 hoch 3. Ja, es ist genau das gleiche wie 3 mal 2 miteinander multipliziert, also 2 mal 2 mal 2. Und das ist 8. So, und was passiert jetzt, wenn wir es mit einer negativen Hochzahl zu tun kriegen? Also zum Beispiel 2 hoch minus 3. So, jetzt ist ganz wichtig, dass du dem Drang widerstehst. Du kannst weder hier irgendwie voneinander abziehen, also es ist nicht 2 minus 3. Und es ist auch nicht 2 mal minus 3. Das ist immer noch eine Hochzahl und die muss man auch als solche behandeln. So, und die Regel, die es bei negativen Hochzahlen zu beachten gibt, ist ganz einfach. Einfach immer die Grundzahl oder die Basis als Kehrwert hinschreiben. Das heißt, Kehrwert ist die gleiche Zahl, einfach nur 1 durch diese Zahl. Und das sieht dann so aus. Das heißt, Kehrwert von 2 ist 1,5. Also siehst du, dass der ist einfach umgedreht. Ja, vorher war das quasi so, man hätte auch schreiben können, 2 Eintel. Und die drehen sich jetzt einfach um. Das heißt, das ist 1,5. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das negative Vorzeichen aus der Hochzahl entfernen. Muss ich hier noch eine Klammer drum schreiben, damit ich auch wirklich den ganzen... Entschuldigung, hier klingelt gerade das Telefon. Einen Moment. So, da bin ich schon wieder... Das heißt, nachdem du den Kehrwert genommen hast, einfach das negative Vorzeichen von der Hochzahl kannst du dann entfernen. Das heißt, aus der 2 hoch minus 3 wird 1,5 hoch 3. So, also ganz wichtig, dass du hier die Klammer auch drum schreibst, dass die Hochzahl auch wirklich für den ganzen Bruch gilt und nicht nur für den Zähler. Okay, und das kannst du jetzt in gewohnter Manier einfach rechnen. Also 3 mal 1,5 miteinander multiplizieren. 1,5 mal 1,5 mal 1,5. Und das gibt 1 mal 1 mal 1 ist 1. Zähler multipliziert und jetzt noch den Nenner multipliziert. 2 mal 2 mal 2 gibt 8. Das heißt, 2 hoch minus 3 ist 1 Achtel. Okay, das machen wir jetzt noch mit dem anderen Beispiel kurz. Nehmen wir 3 hoch minus 2. So, auch hier, sobald du eine negative Hochzahl siehst, das Erste, was du am besten machst, ist den Kehrwertbilden von der Grundzahl. Das heißt, aus 3 wird 1 Drittel. Und dann kann ich das Zeichen der Hochzahl entfernen und dann ist das hoch 2 oder 1 Drittel im Quadrat. So, und 1 Drittel mal 1 Drittel, weißt du vielleicht auch gleich, ist 1 Neuntel. Gut, was nehmen wir denn als nächstes? Nehmen wir mal einen Bruch als Start. 2 Drittel hoch minus 3. So, jetzt nicht erschrecken. Der Kehrwert von einem Bruch ist nämlich eigentlich fast noch einfacher. Ich habe es hier vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also, Bruch musst du einfach nur umdrehen. Zähler und Nenner vertauschen. Das heißt, ich möchte jetzt hier eine negative Hochzahl, den Kehrwert des Bruchs bilden. Das heißt, aus 2 Drittel wird 3 Halbe. So, und dann kann ich eine positive Hochzahl hinschreiben, also hoch 3. So, und 3 Halbe hoch 3 ist 3 Halbe mal 3 Halbe mal 3 Halbe, also 3 Mal. So, und 3 Mal 3 Mal 3 ist 27 und 2 Mal 2 Mal 2 ist 8, also 27 Achtel. Machen wir noch ein paar Aufgaben. Dann wird das, denke ich, alles ganz klar, hoffentlich zumindest. Also, 4 Siebtel hoch minus 1. Schauen wir mal, was da passiert. Also, auch erst wieder negative Hochzahl, direkt den Kehrwert bilden, also 7 Viertel. So, und jetzt kann ich das Minus-Vorzeichen, negative Vorzeichen entfernen, hoch 1. Und hoch 1, jede Zahl hoch 1 ist immer diese gleiche Zahl, weil ich habe ja quasi 7 Viertel mal fertig. Also, nicht nochmal mal sich selbst, sonst wäre es ja hoch 2. Das heißt, 7 Viertel hoch 1 ist 7 Viertel. Okay, jetzt nehmen wir noch 2 hoch minus 5. Auch hier wieder sofort Kehrwert. 1 Halb, ja, ist der Kehrwert von 2, hoch 5. So, das heißt, das ist jetzt 5 mal 1 Halb mit sich selbst multipliziert. 1 Halb mal 1 Halb mal noch mal 1 Halb und 1 Viertel mal. Oh, jetzt habe ich 1 Drittel geschrieben. Gibt es ja gar nicht. Das machen wir natürlich sofort rückgängig. So, 1 Halb mal 1 Viertel mal 1 Halb und mal 1 Fünftes mal. 1 Halb, so 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, und 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1, das ist 1. Und 1 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 32. So, das heißt, 1, 32. Du kannst übrigens bei negativen Hochzahlen, also den Kehrwert musst du immer bilden, aber anstatt eine Klammer draus zu bilden und die Hochzahl über die Klammer zu schreiben, kannst du es auch so schreiben. Also, du hättest auch schreiben können. Ich mache mal hier Alternativ, kannst du auch schreiben 1 Halb und dann die negative Hochzahl einfach nach unten mit reinnehmen. Also, 1, 2 hoch Fünftel. Bin ich mir gar nicht sicher, ob man das überhaupt so spricht. Wahrscheinlich also einfach 1 durch 2 hoch 5 ist der sichere Weg. Und das ist natürlich auch 1 durch 32. Okay, wir machen noch ein paar Aufgaben mehr, damit es auch wirklich alles gut einsickert. Minus 4 mal, äh, Entschuldigung, hoch minus 3, auch wieder Kehrwert. Minus 1 Viertel ist der Kehrwert von minus 4 hoch 3. Und jetzt können wir multiplizieren. Heute verschreibe ich mich die ganze Zeit. So, ein Minus 1 Viertel mal Minus 1 Viertel mal Minus 1 Viertel. So. So, Minus mal Minus gibt Plus und dann nochmal Minus ist wieder Minus. Das heißt, das Ergebnis ist schon mal Minus. 1 mal 1 mal 1 ist 1. 4 mal 4 ist 16 und mal 4 ist 64. So, also, Minus 4 hoch. Minus 3 ist also Minus 1 Viertel. Gar keine schwarze Magie, wie du siehst. Das ist ganz einfach, solange du die Regeln hier befolgst. Letzte Aufgabe für heute, ähm, nehmen wir Minus 8 Neuntel und das Ganze hoch Minus 2. So, zuerst wir haben eine Minus 2 negative Hochzahl, also Kehrwert. Kehrwert von Minus 8 Neuntel ist 9 Achtel. So, Minus 9 Achtel hoch 2. So, dann rechnen wir das aus. Ist Minus 9 Achtel mal Minus 9 Achtel. So, jetzt erstmal, wie es mal Minus mal Minus gibt Plus. Das heißt, das wird positiv. 9 mal 9 ist 81. Und 8 mal 8 ist 64. 1 und 80 64. So, ich hoffe, das ist alles soweit klar und du hast es gut verstanden. Auf jeden Fall erstmal viel Spaß damit. Ganz grob nochmal zur Wiederholung. Die Regel bei negativen Hochzahlen ist, direkt sofort den Kehrwert der Basis oder der Grundzahl nehmen. Also, das ist hier diese Zahl. Basis. Und dann kannst du die Hochzahl ohne negatives Vorzeichen, also umdrehen, als Plus hinschreiben. Und dann ganz normal wie eine Potenz ausrechnen, wie wir das auch schon in dem vorherigen Video gemacht haben. Okay, viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.